Es gibt 200.000 Deutsche vermutlich in den USA, von denen haben bei der letzten Wahl Bundestagswahl nur gerade 5.000 gewählt. Wir finden, das ist ganz schlecht. Wir finden, die Deutschen, die im Ausland sind, die Wahlrecht haben, sollten von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Und die Grünen in Washington, der Ortsverein Washington der Grünen, hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Sie wollen 10.000 Deutsche in den USA dazu bewegen, Grün zu wählen bei der Bundestagswahl. Dafür muss man sich registrieren lassen, man muss die Briefwahlunterlagen entsprechend einfordern. Das ist eine Kampagne, die ich außerordentlich begrüße. Die 10.000 Stimmen, die die Grünen aus den USA zu unseren Wahlerfolgen zuliefern werden, werden ein wichtiger Bestandteil sein, zu der eine Million Stimmen, die wir noch brauchen, mindestens wenn wir dritte Kraft am 27. September werden wollen.